und herzlich willkommen zu teil 5 unsere reihe die letzten blister beziehungsweise was wir auch gemacht haben drei packs waschen ganz gut gewesen einmal code für euch bitteschön vielleicht können wir daran anknüpfen heute wir haben psychologie jubel kontinuier voluminas freunde aus kala starry juni ich finde super super als character rare und in libeltra sehr schönes aquaner gibt es kommt ist mehr als evoli glaube ich weil mein blau drauf ist und ich sage jetzt mal so mit 3,50 euro etwa und die real noch mal 3,60 aktuell schauen was wir noch ausziehen vielleicht wird das jetzt erst den blister peckchen also so in den blister peckchen macht es auch wirklich mal auszahlt potenzial ist auf jeden fall vorhanden und von daher 1 2 3 4 und wir schauen einfach mal nach wir haben eine platte energie jahrens auch gut jetzt kopf okomil nassknütz schnäppke max sacks als reverse rare und ein pantherno holo was hat gesagt 3,50, 3,60, 3,80 so circa bei 4 euro roundabout jetzt in etwa und ja wir haben immer noch potenzial und jetzt noch gleich ein top loader reinzustecken und ganz wichtig die guten karten immer gleich sleep und top loader unbedingt schlechten beziehungsweise reverse rare wird dann eure stelle auch machen aber wie gesagt jetzt müsst ihr selber wissen last pack magic hat noch kein art wie ich meine art wie also verfolgt mich nicht ich verfolge aktions momentan das ist echt krass also schon echt ich glaube es mein viertes display was jetzt auch machen im endeffekt ich bin gespannt vielleicht haben wir jetzt mal klick dafür wasser pack dann gloria scheinlux jetzt nicht mit der probleme denn das knitt schnäppke freunde aus galant universe und noch ein panther noch irgendwie da wenn sich die jetzt bei mir ich weiß auch nicht warum ja das heißt wir sind so bei 4 euro 50 roundabout ich runter mal etwas grob das ist in ordnung so 4 euro 50 schade schade dann einmal den bulk weg sortieren und dann sehen wir uns morgen ciao